ein Elegant Weapon für eine mehr civilisierte Ähre Echt? Wer kommt? Der ist weg Da wird er easy 4k aufentfernen und irgendwas los mit der Map Wer denkt? Wer denkt, was der da ist? Ich hab doch gesagt ich bin Action Soll ich Bogen machen? Kann ich auch machen, Mega Ich hatte nämlich vor dir gesagt Action mein Freund Ich hab's nicht gehört, du bereit Was der eh nicht der laute Scheiße Jungs, bitte nicht flamen, ja? Ey, Jan, was soll die Scheiße, du? Warum 4 kills? Junge, halt Small Kick, Vote Kick, Alter, direkt Vote Kick Ich bin jetzt echt nicht mehr Serious, Alter Halt für mich den Clips Platsch Einer kommt oben, Haus rein, Jan Schon drin Bananen außen steht Keiner Hauen wir's da auf, ne? Nein, fuck Äh, 70 AP, kommt die Däger So Hat's jetzt Abbau Bei meiner Letzten No blockerino, please, Rino An diesem Holzding oder in der Ecke In der Palne Die haben gekauft gerade, oder? Text 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 Hast du Bock, mir einen MT-7 zu trocken, hier? Die werden ja jetzt noch nicht kaufen, oder? Äh, Don't think so Wir haben halt eigentlich nicht geplant, ich weiß nicht Hast du ein Nade? Jo Erstmal Double Nade Da kommt einer Die haben gekauft Die haben gekauft Mac-10 Alter, ich brauch gar nicht rausgehen, ey Ja, kommen wir hin vor Au, einer jetzt unten Ach, war ein Timelocker Aus, was du denn geht Der Haus hat auf jeden Fall geslippt Ich hab Haus, Meister Mitte auch nix Ich seh nix Wie schnell ist das? Da? Bombe down hier Kommt rüber Ich fischte Boah Irgendwas Timing des Todes Wo bist du noch down? Get is er Gernade Boah Also einer, einer ist Pit Und einer ist Barkönig Action und Hausmeister Da kommt jetzt eine vor Mitte jetzt Ja Ah, Junge Pumpe gewogen, ja Noch einer Deploying Decoys Der B oder A was meinten? Ah Ja, wir können trotzdem kaufen Oh nein Mach du Neco halt Äh, ich mein Faustler Jetzt Mitte peaken Kannst du den Farmers legen oder sowas, Daryl? Der Erdenken kann legen Ja Ja Ja, oder? Fang dann jetzt auch mal an, okay? Boah, go, go, go Ah, das war wieder so ein Ding, das ich hab Weißt du mal Keiner B oder was? Hätt ich mich einfach one shoten sollen Muss wirklich keiner B? Jetzt dreht mich alle oben, ey Ich hab gecoldert Aber es ist schon mal Pascal Moly Ich bin, ich bin Action Zone weg, ne? Ich bin auf B, ne? Werde aus Einer mit da Hier in Pit Pascal ist schon einer close, Achtung Glaub ich Bei bestimmt unten Boiler Boiler Laying down smoke Grenade out Hier ist einer close In meinem Wagen Ding Boiler Boiler So, keine Rode mehr abgeben Jux Ich brauche einen Drop-Ams Kann einen 4 legen Ist ok Danke Aber ich hab' gekauft, ne? Wir gehen jetzt wohin Wir gehen jetzt wohin Ja, die hatten uns gar nicht mehr an Ja, ich geh jetzt wieder Bitte Machen wir jetzt alle wieder runter Spawn Wir machen dann Posis Wir machen dann Posis Spawn nach Spawn und wir machen dann Posis Spawn Throwing Flashbang Grenade out Aha, Spawn Ich krieg wieder den One Diggies in Grauens, weißt du Ich hab schon wieder kein Bock mehr, ey 2 Stück da Ja Und der ist jetzt Hausmaison rein Ja, geh'n raus Ich bin ruhig Bomm es lobt aber grad noch Spawn Ich geb 70 70 und 550 noch Und du, ich zieh den Bogen, ne? Biblio kommt Noch einer Biblio kommt vielleicht Vielleicht links weg hier Hm Hm, oder auch nicht Ah, Friedhof Ich renne voll rein Hör den Luckshot, ey Kann er da irgendwie P250 oder sowas legen? Oder wollt er kaufen oder so? Nee, lass ich drauf Nee, lass ich drauf Eine war ich, danke Das war Karma für die ersten 3 Diggelbretterladen Ja, ich geh' direkt P250 Ja, komm'n Ja, komm'n Komm'n Ja, mindestens 2 Leute Ja, ich geh'n Ja, ich geh'n Eigentlich ist so chillig WP glaub'n Ich hab'n raus und Ding ins Kuchen Ja, gewählt Ich geh'n Zerro, Alter Zerro, Alter Hörst du dir der A-Drop-Smoke? Oh, hab' ich die ganze Zeit keine Kohle, Alter Oh Du, du spiel'n ekonomisch, Spiss Ja, ja, mach'n keinen Gegner töten Dann hast du immer Geld So wie ich Hm, ich merk'n Ich glaub' die Kisten boosten Meinst du, das macht Sinn? Wo? Hier Ja, warte Hier direkt Pitten Ich hab' keine Smoke, ich hab' noch eine Flash Ich hab'n Smoke, aber ich weiß nicht wohin damit, ey Geil Falls ich gleich Action mal sehen sollte, kannst du ja absmogen Ja, wo? Ja, ich deck' oben auch Def jetzt Ich bin zäh Ich bin zäh Äh, oben Da komm' einer Lol Der bleibt halt da drin stehen Bogen down Bogen down Einer war hier, action Noch einer, boh Bogen Bogen Junge, warum geben die mir einfach jedes Mal echt den Kopf, alter Minus 60 hat der Bogen down Bogen down Bogen down Down Wann oder Awe, letzte war Awe Glaub ich Hab Haus drin, oder? Ja Der war von Action, der muss irgendwie Hausmaster rein oder so Aber nicht safe call, ne? Ich glaub der steht Kinderzimmer Aber auch kein safe call 8 Sekunden nur noch Schaut er da? Einer Asi, boh Okay Ja, er war hier Balkons Ja, jetzt kommt der easy mit Ja, dann bleibt ihr beide auf A, ich geh dann B, weil ich hab auch Awe Ich hab nicht gesehen, der Duli mitgenommen hat Das passt doch ganz in 4 legen Danke It's us or death Junge, darf ich auch mal einen Gegner töten und ihn nicht nur anlegen Setz Ende, die Bogen Ja Alter, da krieg ich auch schon mal, ich hab auch gebraucht In die Waffe Oder durch Krieg Fuchsbau steht da In die Waffe, bist du da? Ach, das ist Awe, ich dachte, die hat eh cool Alter, Fuchsbau einer T-Treppe Gernade Deploying Flashbang Deploying Flashbang Throwing Flashbang Entschuldigung Lass zurück in das Nagel Ich geh rüber 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 Werte gesmoked Ganz komisch Winkst du das? Siehst du da was? Ja, wenn da Wenn der jetzt Weil der hat auch ne Awe Vielleicht denk ich dass der Hier rein pieken möchte Und dann da hoch geht Dann kannst du ihn sehen Oder muss ich da hin kommen Schießen Kannst du einfach nicht ganz hinten stehen und siehst den so, ne? Jetzt da Ich krieg ne Awe mit da Kann ich? Kann doch mal Ich bin nicht gar nicht von der Kiel, aber scheiße, wo sie liegen Jetzt wird das zu viel 2 Avenue Ah, läuft Nach der Mitte, ne Pascal? Ihr werdet alle gut damit, ihr macht das schon 3 Viewers, way safe Ich flash rüber Flushbein Jetzt müssen wir aber Eco haben, oder? Nein, es ist los Kommt noch mit zu Rush, mit zu Rush 2 Bogen, 2 Bogen, durch 100 A für 3 Bogen Okay, Jan, guck CT bitte 4. komm Komm schon, komm Pass CT auf Ich steh jetzt CT Fabi, 1 106 schnappen Jo Boah, wer hat gesessen, Alter Holy shit A, wie liegt da? Genau, ins Auge geschossen Boah, Junge, einmal durch seinen scheiß Schädel durch Bombe down? Ah, no Ne, ich seh keine Bombe Ich bin schon B Counter-Terrorists win Haben wir jetzt immer noch 2 Arven, ne? Ja Ne, er denkt es ist down Konvigieren in Separe Für ein kleines T-Tat-T Genau das machen wir PvP Ey Jan, er ist schon witziger irgendwie, ne? Move it, move it Er ist mit 8 Punkten Lacht er einfach hier Haha Da hab ich grad hier laut zu, Alter Ich rechne so Metafgleich Grenade up Ich glaub der hat ne AWP jetzt Laying down smoke Ich glaub hier schon wieder close Da bin ich im Haus drin Kannst du safe sagen, dass keiner, ähm, bei dem Balkon ist, Jan? Boah, ne, jetzt nicht mehr Ich geh ne Pit rein 2-3 Stück waren falsche Mitte Hast du mich, äh, Boiler, Gelb? Jo, jo Ich hab so krebs in seiner Degel, der hieß mich die ganze Zeit, Alter Dead Prefair Raus, Meister Mach wenn raus ist, ne? Noch ein Safe Laying down smoke Throwing fire Throwing smoke Ich stelle mich schon mal Richtung CT Wo willst du die? Throwing flashbang Weiter schießen sie vor Grenade out Deploying flashbang 20 Sekunden haben sie nur noch Fläschte, ihr könnt, irgendwie Ich geh rüber Drei Stück da Drei Stück Zwei Bogen, zwei Shorts Da, Junge, warum? Jo, bist du echt, Alter Das war so dumm Das war so dumm Ja Kann ja eigentlich safen, ey 2 gegen 5 Abfall Ich kenne es Säven? Ja, ich bleib hier In einer Ecke Ihr habt doch beide keinen Kitt I don't wanna lose my own This round Warum machst du? Wenn ich den einmal machen möchte, ich den nie wieder So lernt man aus Fehlern und nicht Fehler mache ich so oft Junge, du gibst jedes Mal mit einer Hand Die kommen dann nah und ich weiß, dass da jetzt gleich auf jeden Fall drei Gegner herlaufen kommen Und dann steht dann einer vorne und der klatscht mich dann rum Über einen Kill und dann sterbt statt weiter Du könntest doch einfach über das Brunnen-Ding da rüberwerfen, auf diese Stange Weil da ist ja nichts Warte, 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 warte Ich hab genug Kohle, Jungs Junge, ich treffe noch nicht mal die Scheiße-Funds hier endlich Hier ist schon ganz viel Jan Hab ich den? Haus, Haus auf jeden Fall Ach nee, ich alter leg den ja mal, ich schau auf, du bist alleine Ah, keine Chance, kann man nicht weg Einer low HP noch Oh, das ist das neue Achtung, auf Flash flash Böh, jetzt rennen wir sie nicht durch die Grenade zum fim Throwing the grenade Der wird dich mit AWABM-Bio denk ich mal Okay, smoked Ja, da sind noch zwei mitte unten, die gehen alle zurück Die gehen in die Mitte hoch, drei Leute mitte hoch Now it's all up to John Kannst ruhig weiter gehen ey Sag nicht die GNB alter Da ist noch einer low Drauf oder nicht? Die drauf oder nicht? Die drauf oder nicht? Ihr habt doch grad ne Runde gehabt, da hat der Kai so ewig in der CT-Base gehangen, ne? Pst, was soll ich? Bomb has been planted Die letzte Aktion ist gut Mhm Flashbine Oh Nein Take defuse, der hat keine Eier Take defuse, der hat keine Eier Defusing the bomb Was ist mit der Macht alter? Ja du hast viel zu früh gepriegt einfach Warum hast du nicht aus? Junge alter, wie viel AP hatte ich? Acht oder so? Sieben? Egal, der hätte In der Runde hättet ihr locker einfach auf den Spot gehen können, defusen können, die sind alle in die T-Base gerannt, warum auch immer Block mal ein paar Pistols Du hast doch immer ne Deagle, bitte, das Wort Fisch Wir auch, bitte Ah ja, ich bin mal auf vorte rein, Jungs Ciao, ciao Wo ist denn die Deagle hin? Irgendeiner hat... Irgendeiner hat jetzt meine Deagle geklaut Der Horn, Alter Ich glaub die war schon, ja Äh, wie viel geb ich dem? 94, Alter 2B 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 Einer Low Oh, da ist schon Action Einer Low Hat Bombe jetzt gepickt Geht Mitte runter Ja Letzte kommt, letzte war Mitte unten Jan, ne? Mitte unten? Ja Boppe, ne? Ja Guter E, A, den, oder? Voll coach Bin richtig merkwürdig, Alter Ja, die Bombe ist alleine oben gewesen Ich hab den geholt Und dann kam der andere Action, war der Aber jetzt, wie gesagt Entweder, ich bin ruhig Hier war Haus, glaub mir Wenn der oben drin ist, hat das vielleicht ne Chance Sonst wissen wir mal Wenn der so mit drin Ja, dann kannst du ja vielleicht auch noch killen Jaja, man schlägt schneller Ja, ja Das steht Bibli, oder? Ja Ja, Bibli Ja, Bibli Ja, das ist Bifu Ja, die Ah, die Ja, die Ah, die Ja, die Die Ja, die Und die Die Machen immer mit drei Leuten Bananeohren Auf dem Deckendress und zwei Leute bleiben immer noch Mitte oder so stehen und gehen da Mitte durch und versuchen dann hinterher über Mitte nach B zu kommen. Let's go! Lass einfach wieder die ganze Zeit von Anfang an schon Death spielen, lass uns gar nicht erst offen hinstellen hier auf A. Ah, wohin denn? Wenn wir uns im Deck einsperren stellen können, kommt man an allen Seiten irgendwann. Kann man hier so noch dieses Dach da vorne boosten. Sollen wir mit Smog machen? Naja, jetzt nicht. Einer ist auf jeden Fall eh wieder Hausmeister drin, safe call. Oh, er ist nach vorne. Haus kommt aus. Ich werfe mal eine Nate aus. Aktion auch schon durch. Unter dem Dach. Ich schiebe rüber. Am Auto schon, am Auto, am blauen. Soll ich auch schieben? Aktion. Aktion. Ja, schiebe auch mal. 99 in 4 gebe ich ihm. Einer hat 1 AP. Am blauen Auto immer noch einer. Planted jetzt. Warte auf Mate. Bomb has been planted. Bomb has been planted. Der andere? Am non, ne? Lürften beide Action irgendwo sein. Kann es halt schon On-Spot sein oder so. Da, am Auto. Letzte 1 AP. Letzte 1 AP. Warum auch immer da? Loil, Hausmeister. Der ist ja durch. Der ist ja durch. Nee, das schaffst du nicht. Oder doch. Das machen wir. Hört mich zu, komm. Lol. Lol, Alter. Das war niemals ein Headshot. Hat gereicht. Reicht zu entscheiden. Ich kann einmal droppen, wenn er da brauche. Ja, bitte. Ach, gib mir mal den wieder. Chris nen Entfernung bitte. Das hab ich gar nicht. Das hab ich gar nicht. Das hab ich gar nicht. Oh, das wird überhaupt nix. Ja, gar nicht. Das ist gar nicht. Pff. No, wir sind gar nicht mehr. Ich hab die Geheer, die da drin war. Sonst hätte ich die auch rausgenommen. Sorry, ey. Ich hasse die Geheer hat nämlich auch. Oh. Haus ist schon durch. Eine Hausmeister, Achtung. Gelb. Bitte. Stand nach. Lass ich mal alleine B. Mal rein. Sehr schön. Panna war unterricht drin. Ne, aber slow. So, ey, Kollege. Ich komm hier nicht weg, Alter. Oh, ich krieg nicht auf die Bombe. Es riecht halt die Geheer hat schon durch die Kiste. Flach rein. Flach rein. Fl burned down smoke. Und jetzt mit. Ja, hat mich natürlich durch Smog, Mann. Stief in Action. Ey, ich stirb. Ich hab nur'n Diegel. Er auch nur. Außer er hat jetzt was gepikt. Der one Keine Ahnung, Alter Der verschiebt über falsche Mitte nach T-Base, Jan Denke auch, Mann Hey, sorry nochmal erdenken, ne, aber ich hätte den einen auch haben müssen, ey Ich brauche einen neben Ja, der hat aber wenigstens Kannst du auch noch was legen, Jan? Korrekte Sache, Alter Soll ich den in die Pisse legen, oder hast du? Kannst legen, Alice Danke 9-6, Alter Witzig schwer Ach Erste Runde überfahren, dann haben wir das eigentlich schon Push mal hier, tepp ich ein bisschen rein Ach, ich dachte, du wärst das Boah, ich war so blind, Alter Raus, Meister, kommt raus Ja, Boiler einer, Boiler Noch einer, noch einer Schön Ach Action durch, noch einer, geht oben HDP, ja Bomb has been planted Bomb has been planted Nackenschmerz. Können wir sich nen Smoke kaufen? Ah korrekt. Lass mal Action Smoken und CityBunk durchgehen. Kauf dir mal nen Tankline, kauf dir mal nen Tankline. Kevlar, Kevlar wollte ich. Ach scheiße. Ach jemals, da warst du alter. Wollte ich tanken, zum Tank machen, aber ich hab keinen. Werf Action Slash. Schau aus Smoke bitte, ja. Ich weiß, hier geht's die Zeit ganz gut. Ich plant schon rechts, Action Slash. Junge, ich krieg durch Smoke einfach den One-Click, ne? Ne, das war der von Dingens. Der war überall ge-smoked. Nein, das ist die Waffe leer. Einer ist Action Load. Hilf AP. Direkt an den Spot, wo man plantet für Haus. On-Spot, on-Spot, jetzt on-Spot. Eben wir auch. Fakt mal. Fragt ihr euch, was macht der da? Wir hätten einfach zu B gehen sollen. Na, bin ich komplett frei. Ja, weil die alle schon verschoben sind. Was ja auch klar ist. Ja, deswegen hätten wir ja B gehen sollen. Wir CT-Bunk durch sind, wir willst dann auch nach B gehen. Ah, Televotation. Ach, die plötzlich drücken teilweise, ne? Ah, der Typ. Der hat dort zettelt. Der ist übel speared auf dem neuer Ping. Mach jetzt einfach Tag-9 train. Ja, das ist mit ihm nicht in Ordnung, Alter. Er hat einfach mal 50, 60 hier diese Recommendations, Alter. Wer? 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 Swag and the universe. Meister. Lass mal aber Banane irgendwie alles abwarten. Die werden jetzt mit Sicherheit alles ohne werfen, ja. Ja. Als ob nicht... Jetzt kommt's, wenn wir vorgehen. Mhm. Hat einer Flashes oder Smokest oder? Ja, ja, genau. Der ist nur um linker Seite. Um durch. Der ist auch noch einer. Weißt du zettelt, weißt du da. Hinten. Junge, wie schnell denn? On spot jetzt. Richtung Y. Y letzter. Jetzt on spot. Und beim Grill jetzt kommt vor. 90. Hinter dir. Joi! Ich hab den aber auch nicht gesehen. Der stand irgendwie ganz komisch. Der stand da vor dem Stein. Und ich hab den als Stein gedacht. Aber hab den noch 71 gedrückt, der Hurenzone. So stein aus. Da lag auch noch P9 auf dem Boden, ey. tried is perpet. ход the terrorist size. Kohle, für einen Fall. Oh, das ist halt echt die Scheiße, Alter. Können wir jetzt mal machen eh? Tuh! Willkommen mal? Wer den gaunen? Kann man mal machen? Ja, kommt los. Die werden nicht so verladen, ich hab's. Vielleicht pushen wir ja wieder oder irgend sowas. Boah Junge. Oh, ihr fährst gerade. Was denn? Hast du überhaupt einen Kevlar mit deiner AK? Ja. Wetten wir doch schon mal einen. Ja. 2 down. Aktion ist auf jeden Fall noch was. Das schieb du auch mal. Na wahr. Schön. Da. Ach Junge. Bomb has been planted. Wiesst du wo der hingeht? Ja der ist saved. Der Darlene. Der Darlene liegt mitte oben. Nach Bank irgendwo. Wo? Auf B. Auf B. Schön. Da liegt ein M4. Falls die einer kriegt. Wobei weg. Willst du M4 haben? No? Hast du eine noch? Der ist die ganze Zeit gemutet. Das muss ab. Alter. Da. Der Rohrwaff alter. Der Rohrwaff alter. Oh mein Gott. Sag ich red die ganze an oder so. Passer. 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 2 sind CT-Seite. Einer ist non-low. Hat 20 HP. Einer brützt jetzt mal ne Waffe. Ich bin mal ausgespringen. Ich bin zurück. Mein Gott. Dann rüber unter. Okay. Einfach mal erst denn. Der Pflation hier oben oder? Dieses Shot habe ich ja. Nein. Ich habe mal gehört. Ich habe mal gehört. Keine Ecke. Was ich mir da gemerkt habe. Ich habe noch gehört. Aus Aus. 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 Ich kann auch noch droppen hier, lass mich droppen, ich hab mehr Kohle. Schmeiß doch mal den. Wir hatten die Ekone, jetzt werde er wahrscheinlich Waffe. Ja, pass auf AWP ist auch. Der Slash wird aber bestimmt wieder übertreibend krass ab mit AWP. Der Slash ist weg. Das ist, wenn der Slash am größten zieht. Der Slash ist weg. Der Slash. Der Slash ist weg. Kabelkomme. D-HP. Äh, Action-Karm. Kabelkommel-Nave hat 55 in 2 bekommen. Bomb has been planted. Die letzte kommt jetzt. City. Ne, geht's da jetzt nochmal. 61 geb ich. 60? Ja. Da kommt die 70 in die Tüte. 61 in 2. Geht's von 2. 2. 2. 3. 3. 5. 3. 3. 4. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. Ich hab mein Linkseis weg War ich bei CSGO-Launch auch schon verwettet, macht gar nichts Bitte? Nein, wenn man so mal geht, weil das Linkseis weg Ok, ok, ok Passt wieder auf'n Push und Triple-Nade und so weiter auf, ne? Lass mich durch! Tausend! Ihr werdet jetzt bestimmt Triple-Nade davon haben Ich dachte schon mal Tschüss, ne? Jo, Tschüss, bis zur nächsten Runde GERNATE! GERNATE! G'schmauch! Bei dem Kinn hat's immer grad einer geschossen War oder einer von euch hier? Ich glaub's war ne Granate Äh, ne, der hat halt jemand geschossen Boah, Jo, ich hab's jetzt genett kapiert, ey Teppich ist einer down Smoke! I am throwing a grenade! Throwing a floodlight! Ja, in der Zimmer war einer Wo steht ne AK jetzt? Bombet down, ne? Top D Bombet down Nicht erreichbar für uns grade Was ist denn noch los? Achtung! Ich hab'n Bock! Ich hab'n Bock! I am throwing smoke! I am throwing a floodlight! Let's go! Cookie-Bogen! Ach, boah, wat für ne Fail Smoke, alter! Puh! Weiß weg, minus 48, Mitte! Ist Mitte weg! Ne AK raus, Smoke! Throwing a floodlight! Ja, kommt direkt! Close, 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 close Mo, alter! 18 Der steht 30 Sekunden nur noch Der ist weggegangen, also wird immer noch mit Team sein Der nach B schaffst du noch Ricky! Der gehört Der ist weg! Bist ein tricky Typ, aber kannst nicht mit Tricky machen! Alter Schwede! Ah, ich wusste, dass der da steht, der hat auf einmal aufgehört zu Stepmelze gehört, hat da die Biblio rein! Oh, zum Rückhafen hat mein Fail ausgebadet, äh! Scheiße! Alles, dann mach ich da auf B die übelsten Fracks! Let's go, let's go! Und dann treffe ich den Nullrafter in der Mitte einfach gar nicht! Aber der Paisen auf Haisen! Er hat das schon gemacht, Alter! Paisen! 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 Aber down! Guck mal, du kannst mich nicht face-up legen! Ja, da steht noch einer! Paisen! 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 Ziert! Ach noch! Sorry, Fuck! Mein Fail! Aber ich seh die Smoken! Mesty reopen! Muss klar! Vielleicht nochmal bitte offen! Rene chip! Rune glaub ich! U ! U zoologalwaco! Was auch lappt das Moos an? 2 Stück noch Banana einer 8 plant Der steht da eh rechts um der Ecke, gib doch mal Boah, Timing, Alter Timing Israel, Alter Ecke oder Kauf Lass alle Tag 9 Kepler, außer er denkt und dann auf gehts Dann drop immer einer Ostrad oder sowas, ne? Gib mir die Gib mir die Oder irgendwer Hast du jetzt schon wieder gekriegt, du gedroppt? Ja, ich hab was Was machen wir denn? Problem war du nicht Hilt Hat einer mit der Lecklichen Siegel 1strick Siegel 1strick in 3, 2, 1 Hat einer Smoker Hat einer Smoker Dann lass mal Ich schau mal Actual Ich schau mal Ich schau mal Ich schau mal Mach jetzt einfach, wenn er durch die Smoker kommt Wenn er eigentlich auf der linken Seite glaub ich Ich schau mal Ich schau mal Ich schau mal Ich schau mal Bomb has been planted Das ist AK, Alter Hat aber glaub ich auch getrissen Laufst du? Einer von euch müsste wissen, er hätte ihn getroffen Pfff, ist zurück, der Schein Ja, ein Idiot, Alter Richtig aus dem Boom-Move, Alter Ja, war echt, oder? Nee, Junge, so'n Move mach ich nicht, Alter Hast recht, du wärst mit'n Nade rausgekommen Ich hätt'n'n Nade da hingeworfen Und wär selber noch eingelaufen, ne? Jaa Am Ding, das Spiel haben wir Haben wir das Spiel? In all haben wir das Das würden wir ja jetzt nicht spielen Wir haben die Jokes am Start Schon heftig, ne? Ich flash einfach Ey Kai, kennst du eigentlich diese Abkürzung hier Wenn du die Treppen hoch springst über das Geländer? Hm, ich glaub schon Nütze ich aber so selten Weil jetzt immer nicht oft genug dran hängen Hast du gleich Flash einmal? Ja Pass auf, guck rechts ans Ecke Ja, ja Hier steht einer Close, glaub ich Hm, da tue ich noch nicht Der Ecke ist vorbei Smoke zählt hier? Jetzt kommt der Ja Sorry Nein, das ist jetzt 38 AP Der ist jetzt hinten wieder reingegangen Ich move jetzt auch rüber, ne? Komm nach B, Ruck, komm nach B Wir benden schon Ja, ich bin unterwegs Noch einer Sorry Bin gleich da Ich bin gleich da Ich bin da Ich drücke Mitte Halt in der AK Boah, was ist denn auf einmal los, ey? Boah, was ist denn auf einmal los, ey? Boah, was ist denn auf einmal los, ey? It is going to explode Terrorists win Mach dem Hühnchen nicht so ne Angst Denk mal, was da drin steht Okay Ich brauche den Drop nehmen Let's get AWP Ich, naja Habt alle gedroppt Da brauchen wir eine Ja, nein, nicht das Needed Place to run to Let me run to Soll ich Soll ich AWP AWP Ab dran zu Der ist so der Entry-Frager Ich bin der Low-Frager Der pikt jede Runde mit der Runde eigentlich hier Ah, ja Ich krieg mal die Bombe hier vor der Banane ab Oh, ganz dummes Humpen Hm Ich bin der Es sind die Die Kinderzimmer clear A4G Ich weiß mir die ganze Zeit da Leute bei Whatsapp ich waggert so im Skripte, denn stehen da Smoke und auf einmal sich so einen dicken Kopf vor mir in der Smoke Handy weggeschmissen, geguckt, ok ist ein drittiger BWA endlich ist ein Mädel da wenn die Rapper kommen nicht auf ihr Leben klar . Cooler War'm Pascal Es funktioniert hier, ein paar Mal ausgutzen . Kannst du mal sehen So low rapsen Au, na oma einer drauf Was hab ich fast den Schädel weggeschossen Wird klar, dass er mir nur im Kopf gibt. Noch einer CT, noch einer CT. Der Swag hat nicht einen Kill gemacht aus CT-Seite. Nicht einen. Jo, stimmt. Sicher krieg ich den One-Shot, das ist doch nicht normal. Was da zusammen machen, ey? Kein Bockletz, ohne jetzt noch zu verkacken, ey. Ahnung, wie das sein könnte? Negativ. Lass ihn auf A gehen. Check bitte Pit, bevor er plantet. Double Smoke. Hält besser. Hehehe. Drukling. Oh, ich kriege Jan Flash, Alter. Ehm, hierh. Was krass, ich sag das dir, Alter. Ich glaub dir das. Richtiges No-Aktion, Alter. Rolls. GG, Guys. Ebi-Somber, Final, die Globlig-Bitle, die DÖ! Ende bzw. hinterher ging ja doch noch. Wo ist der Zweiter geworden? Überpassend.